hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja leute in diesem video spielen wir the first descendant was das für ein spiel ist erfahrt ihr nach dem intro so leute wir spielen jetzt das erste mal heute ist glaube ich ab heute oder gestern könnte man das spiel runterladen vorab runterladen ich habe es glaube ich am 30.6 vorab runtergeladen und das spiel nennt sich the first descendant und ja schauen wir mal was da geht und wie das spiel sich schlägt sage ich meine ehrliche meinung zu dem spiel hier kann man jetzt drei operator sage ich mal beziehungsweise hier im spiel nennt sich das nachfahren einmal lepic das hier in der mitte dann fiesta und ajax der sieht geil aus oder der sieht epic aus aber ich habe angst dass er zu klumpig ist deswegen gehe ich mal mit lepic ok lepic teilt schaden mit den granaten auszaubert das schlachtfeld mit seinem rechten arm und granaten die ihn sehr leistungsstark machen erinnert mich wie in ich hatte einen mongoose den ich sehr gerne spiele mag schild max mp max lp ok nachfahren wählen nachwurf achso ok abfahrt das sieht schon auf jeden fall sehr sehr geil aus das sehr geil gemacht ich euch ehrlich sehr eppig gemacht das ist Es gibt keine Ironheart auf dieser Seite. Und das ist der einzige Ort. Los geht's mit. Die Architekt-Ruins. Es braucht so viele Soldaten, um diesen Ort zu finden. Bitte, den Ironheart ist hier irgendwo. Ich hoffe, er ist hier auch, Bunny. Ich möchte Albion ein paar gute Nachrichten geben. Findet den Ironheart ist wichtig. Aber so ist es, um ihn zu retten. Die Vulcaten haben auch ihre Sicht auf diese Ruins. Äh, don't worry about that, Alpha. Compared to me. The Vulcats are as slow as Turtles. Haha. I'll blow up anyone who comes for you, Bunny. Haha. Good to know you have my back. So, do you know what the heart looks like? Well, know when we see it. Erstmal das Spiel bisschen. Äh, wo kann man das Spiel raus? Lautstärke? Gesamtlautstärke? Ja, machen wir auf. Ja, so ist besser. So könnt ihr mich auch besser verstehen. Also, es gibt einmal Q, C, V und Z. Q, C, V und Z. Aber warum so weit entfernt? Okay. Steuerung ist W, A, S, D. Okay, üblich. Shift ist Sprinten. Shift ist Sprinten. Ja, okay. Oh, es liegt auch nochmal. Das ist gut. Das ist gut. Oh! Was zur Hölle? Was ist passiert? Alle Operativen reporten. Wie komme ich jetzt? Puh! Wir haben fast sterben. Ich bin okay, btw. Roger das. Resumme die Operation. Ja. Fragen wir mal. Dem hier. Be careful, buddy. Something's not right here. Oh! 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 Grafik. Aus, aus, aus. Brauchen wir nicht. Niedrig. Reflexion niedrig. Texturen. Okay. Effekte niedrig. Ähm. Was ist Physik? Wir legen die Schiffe aus. Machen wir auf. 21. Äh. So tun wir mal aus. Erstmal runter gehen. Das ist immer noch zu hoch, oder? Das ist immer noch zu hoch, oder? Kann ich das irgendwie... Okay. Nein. Das ist immer noch zu hoch. Nein. Das ist immer noch zu hoch. Das ist immer noch zu hoch. Wie ich schon erwähnt habe, es ist so geil gemacht, die Grafik ist so geil gemacht. Skins von den Operatoren oder Nachfahren eher gesagt, richtig gut. So, das ist der Ironheart. Wir können die Dimensionale mit diesem, richtig? Und wenn wir alle drei von ihnen haben, können wir den Kolossi und den Volgus? Wie großartig ist das? Aber es ist einfach etwas, was dir fühlt sich an dich an? Es fühlt sich an, dass der Ironheart mich irgendwie kreiert. richtig geil ja Vielen Dank. Also mir gefällt die Steuerung bisher ziemlich gut. Ich muss es ehrlich zugeben. Die Steuerung und dieses Double Jump, diese mit den Haken setzen und sowas richtig geil gemacht. Sie finden mich hier. Das ist ein Raum, in der dein Unbewusstsein nimmt physische Dinge. Ich habe dich warten seit dem Beginn. Ich bin dein Geist. Ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Das ist die Verbesserung des Geist. Wir beide haben den Geist. Ich kann die Menschheit helfen. Geist. Oha. Oha. Was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Funny. Did you see the guide too? Yeah, I saw it. It took me to a weird place. Hold on. It's the Vulgus. They found their way here. Geil. Oh. 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 Richtig geil gemacht. Oh mein Gott. So nice. Wo sind wir aber hier? Sieht sich gar nicht an, ok? Was ist das? Ah, der spielt voll, ok. Kann ich da hoch? Ok, ja. Ok, Control um Rollen auszuwischen, ok. Hm, ok, geil. Also Movement gefällt mir schon ziemlich sehr. Genau was ein Spiel braucht, Movement, dieses Double Jumpen, geile Waffen. Oh. Oh. Oh my god. Oh my god. What the fuck? Geil. Okay. Was ist das? Das Heal? Ok, der Fall. Lol. Oh my god. Oh my god. Scheiße. Oh, geil. Oh oh. Wanny ist in Gefahr. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Digga. Ah. Oh damn, der Fall ist der Fall. Oh. Okay. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das ist ein Sinn. Du hast mich nicht gewöhnt. Ich bin jetzt die Beispiele. Die Hälfte schieben. Die Wagen hier. Es ist es wächer als normal. Ihr habt frei zu engagieren. Geil, Magica besser ein kurz Hören, Hören, Hören Geil, Hören, Hören, Hören Geil, Hören, Hören, Hören Geil, Hören, Hören Geil, Hören, Hören Geil gemacht bin ich euch echt, Jett Es ist so geil gemacht Geil, Hören, Hören Geil, Hören, Hören, Hören Geil, Hören, Hören, Hören Geil, Hören, Hören, Hören Geil, Hören, 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 Hören